Ja, was soll ich da noch großartig zu sagen, Leute? Ich dachte mir so, komm, weißt du was? Guckst du einfach mal wieder im Playstation Store. Hast ein bisschen Cash, vielleicht gibt es ja was Neues. Ich denke so, heute ist der 26. Heute gibt es wieder neue Angebote. Und ich denke mir so, komm, weißt du was, schaust du einfach mal rein. Und, naja, ich habe dann so durch den Store geguckt und dann sehe ich dieses Schwabbeltoast. Ich denke mir so, nein, 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 das tust du jetzt einfach nicht. Und was habe ich getan? Ich habe es getan. Ich musste es einfach tun. Ja. Freunde, wir spielen heute mal I am Rats. Das Spiel, was schon sehr, sehr viele YouTuber in den Wahn getrieben hat. Den reinsten Wahn, kann man so sagen. Und, ja, jetzt sitze ich hier und ich habe heute Nacht so beschissen geschlafen wie noch nie. Okay, ich habe leicht Kopfschmerzen. Es ist 17.59 Uhr, also in einer Minute ist es gleich 18 Uhr. Und, ja, und ich nehme jetzt einfach mal eine Runde I am Bread auf, weil ich einfach Bock drauf habe. Fragt mich nicht, warum. Oh, okay. What, what? Äh, was? Äh, was else? Zwei und, äh, kann ich das irgendwie? Karl, da schwabbeltost. Yeah! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Alter, das ist ja wie bei der Bundeswehr, hier kann ich irgendwie... Äh, Alter, was machst du? Karl, was machst du? Und, ja, und, ja, und ein bisschen dahin, so ist richtig. Und, ja, und zack, und komm. Und, äh. Ja, komm schon. Weiter, 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 weiter. Nein, Karl, was machst du? Ja, Leute, hier befinden wir uns in der Küche. Da unten stand gerade der Name und hier sind noch frisches Brot vom Bäcker. So sieht es aus, Freunde. Und wir haben, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie das hier läuft. Okay, ähm. Äh. Ja. Nein, lass das Toast los. Karl, was machst du? Okay. Okay, gut. Okay, was ist jetzt, was ist jetzt unsere Aufgabe? Was machst du? Äh, ich will da hin. Nein, nicht da. Bööö. Boah, der muss auch altes zerlegen hier, ne? Böö, ich klebe was an mich. Ja, eins. Kann ich das irgendwie... Nein, nein, nein. Ja, 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 komm schon, du Arsch. Ja. Jawohl. Jimbo. Nein. Lass ihn los. Nein. Äh. 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 Komm schon. Zieh ihn auf den Tisch. Komm schon, Karl. Okay, lass ihn liegen. Lass ihn los, Karl. Aus. Fui. Nein. Karl, lass ihn los. Karl, du sollst... Karl. Ja. Bleh. Und nochmal. Und noch ein Sit-up. Ja. Komm. Karl. Rutsch über die Butter. Rutsch über die Butter. Äh. Voll das genüssliche Toast, Alter. Okay, jetzt ist Butter drauf. Das muss reichen. Nein, lass es los. Alter. No. So mach ich auch mal meine Marmeladegläse auf. Ja. Nein. Oh Gott, nein. Oh nein. Oh nein. Genießbarkeit. Nein, 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 Karl. Nein. Was tust du? Oh. R2. Okay. Und hoch schwingt. Und... Komm schon, R1. Nein, ey. Oh. Oh. Nein. Boah, dieses Spiel treibt mich jetzt schon in den Wahnsinn, Mann. Das ist nicht normal. Ah. Und... R2. Und... Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Fick dieses Scheißspiel. Fick dieses Scheißtoast, Mann. Oh, das ist nicht... Weißt du, das sind auch keine Fake-Ausraster. Das sind nur diese... Was machst du? Bewegt dich. Ja, es läuft. Ja, es läuft. Okay. Weg. Weg. Le. Weg. Weg. Na, komm. Wir... 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 Toaster. Na, komm schon. Nein. Nein, 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 nein. Alter. Voll, voll genießbar, Digga. Erstmal so. Nein. 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 Warum gibt der Stuhl? Nein. Nein. Was... Was macht dieses... So eigentlich mit seinem Scheißleben? Ja. Nein. Komm schon. Wieg dich um deine eigene Achse, um deine Wirbelsäule. Komm schon. Ja. Und komm schon. Was, dass ich gar nicht lesen kann. Ja. Und komm schon. Wir haben es geschafft. Oh Gott, wir sind auf den nächsten Tisch gekommen. Alter Schwede, was eine actionreiche Szene. Zack. Und... R1. Nein, 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 nein. Du bleibst da. Dann haben wir R1. Dann haben wir R2. Ja, komm, 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 komm. Nein. Du bleibst schön zu. Okay, wir müssen da drauf klettern. Was macht das Ding? Nein. Halt da. Alter. Ich will... Geh wieder zu. Karl, da ist super. Trost. Nein. Warum fällt der runter? Warum? Nein. 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 Komm schon. Nein. Bleib doch zu. Keiner hat gesagt, dass du aufgehen sollst. Mann. Ist das R1? Ja. Komm, 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 komm. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Nein. Nein. Was machst du denn? Ganz ruhig mal kurz gucken. Ich seh die Tasten manchmal nicht. Das ist... Ich sitze ein bisschen weiter weg vom Bildschirm. Ja. Mein Headset ist ja immer noch kaputt. Das heißt, ich muss immer noch über die Anlage spielen. Aber ihr hört das wahrscheinlich nicht, weil der Ton ziemlich... Oh mein Gott, Alter. War das knapp, Alter. Oh, leck mich am Arsch. Alter, wird der jetzt runtergefallen, ne? Ich hätte... Alter, leck mich am Arsch, Digga. Das... Boah. Boah. Na komm. Ich glaube, in den Toaster reinzukommen, wird noch eine schwierige Sache. Ähm... Ich möchte... Na... Nein, lass den Toaster los. Ja. 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 Es könnte was werden. Ja, komm. Ja. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Nein, was machst du dieses Schissbrot, Mann? Oh, das ist so... Nein! Nein! Rute ich halt eben kurz aus, mein Gott, Karl. So, komm. Ich hab ne Idee. Aber ich glaube, das kriegen wir nicht hin. Ja, komm. Ich gib's auf, Alter! Aaaaahhhh! Ich will das nicht mehr spielen. Wenn ihr vier Euro übrig habt, Freunde... Nein, nein, wartet. Wenn ihr überhaupt Geld übrig habt... Und ihr euch überlegt, dieses Spiel zu holen... Tut es euch nicht an. Es ist die reinste Folter, meine Ferse! Ja. Ja, Leute. Ich würde mal sagen, dass es fürs Erste... Haben wir uns erstmal genug aufgeregt. Und... Es ist das erste Level und ich will gar nicht wissen, wie dieses Spiel weitergeht. Und... Deshalb... Würde ich einfach sagen... Bis zum nächsten Mal, Freunde! Ja, daslers. ... Sonntag. Untertitelung des ZDF, 2020